Plötzlich stehen wir mitten in der jubelnden Menge. Wir rufen, er lebe hoch, dieser Franziskus, der neue Papst lebe hoch. Es ist wie damals, als Jesus nach Jerusalem einzog. Wir jubeln dem neuen Papst zu dem Papst, der sagt, er wolle der Papst einer Armenkirche für die Armen sein. Doch schon in ein paar wenigen Wochen, wenn wir merken, dass es der Papst ernst meint mit den Armen und der Kirche, werden wir dann noch jubeln? Wenn er die soziale Ungerechtigkeit als strukturelle Sünde bezeichnet, wenn er die Ausbeutung benennt, die wir jeden Tag aufs Neue betreiben, wenn wir T-Shirts kaufen, Computer oder Kaffee, wenn der Papst echtes Teilen fordert von jedem Einzelnen, der sich Christ nennt, Teilen mit den Armen und den ärmsten Ländern der Welt. Und wenn er es ernst meint mit der Armenkirche, werden wir Christen immer noch jubeln, wenn die Kirche alles verschenken soll, was sie besitzt, bis sie wirklich arm ist. Und arm, nicht allein im materiellen, sondern auch im geistigen Sinn. Eine Kirche, die nicht von oben herabredet. Eine Kirche, die ihre geistigen Schätze verschenkt, unabhängig davon, ob er oder sie würdig ist. Eine Kirche, die mit aller Kraft alles gibt, was sie empfangen hat, ihren Besitz, ihre Gnade, ihr Heil. Und sie gibt es auch an die Menschen weiter, die sich lange ausgeschlossen fühlten. Diese arme Kirche dient den Menschen. Sie macht sich kleiner als sie, hört zu und verkündet dann die frohe Botschaft, schaut die Menschen genau an und segnet sie. Heute jubeln wir Christen Papst Franziskus zu. Doch wenn wir merken, dass die gesamte Kirche sich ändern muss, genauso wie wir selbst, werden wir dann noch jubeln?